Die Raumfahrt-News im Überblick. Deutschland unterzeichnet feierlich Atemis-Abkommen der NASA. SpaceX testet Raptor-Triebwerke für Atemis-Mondlandung. Starship-Startlizenz für Ende September erwartet und startvoraussichtlich im Oktober. Firefly mit neuer Rekordzeit für Rapid Response Start in den Orbit. Rheineuropäische Crew bereitet sich auf Start im Februar vor. Weltweiter Starlink-Ausfall und der Einsatz im Ukraine-Krieg. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute. Herzlich willkommen zu Senkrecht-Starter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Zu spät für die vorherigen News am Sonntag, den 10. September. Da hat die United Launch Alliance eine Atlas V für das National Reconnaissance Office und die US Space Force gestartet. Abgehoben von Cape Canaveral ist eine Atlas V in der Konfiguration 551. Hat also mit 5 Metern die große Nutzlastverkleidung und mit 5 Feststoffboostern auch die größte Startperformance. In der Oberstufe hat ein einzelnes RL10 seinen Job gemacht. Die Mission Silent Barker soll aus dem geostationären Orbit andere Satelliten im gleichen Orbit ausspionieren. Fun Fact, angetrieben wird die Atlas V in der ersten Stufe von einem RD-180 aus russischer Produktion. Am Dienstag, den 12. September, ist von Veneburg an der Westküste eine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Am Freitag, den 15. September, hat Firefly ganz spontan seine Alpha-Rakete gestartet. Der dritte Start dieser Rakete und der erste komplett erfolgreiche. Der erste Start endete in einem Feuerball kurz nach dem Start und der zweite nicht im geplanten Orbit. Interessant an dieser Mission für die US Space Force. Die Mission sollte die Rapid Response-Fähigkeit demonstrieren, also sehr, sehr schnell in den Orbit starten können. Nachdem die US Space Force Firefly die endgültigen Start- und Orbitalparameter mitgeteilt hatte, hatte das Unternehmen 24 Stunden Zeit, um die Nutzlastverkleidung zu schließen, die Flugbahn einzustellen, die Rakete zur Startrampe zu transportieren und zum ersten verfügbaren Zeitfenster startbereit zu sein. Laut der US Space Force ist der Start zum ersten verfügbaren Startfenster dann 27 Stunden nach Erhalt des Startbefehls erfolgt, was einen neuen Rekord für einen Start in einen Orbit darstellt. Dementsprechend war die Space Force wohl auch nicht allzu traurig über das Verfehlen des 24-Stunden-Ziels. Von der Performance ist die Firefly Alpha grob in der gleichen Klasse wie die deutsche Micro-Launcher von High Inputs, ISA Aerospace und Rocket Factory Augsburg. Am Freitag hat die russische Raumfahrtbehörde RASKOSMOS von Baikonur eine Soyuz-Rakete mit Crew zu ISS gestartet. Die Mission Soyuz MS-24 ist der erste Crew-Start eines Soyuz seit fast einem Jahr. Soyuz MS-23 war wegen eines Lags an Soyuz MS-22 schon im Februar ohne Crew gestartet. An Bord von Soyuz MS-24 die beiden Russen Alec Kononenko als Kommandant sowie Nikolai Chub und die NASA-Astronautin Laurel O'Hara. Am Samstagmorgen, 16. September, hat SpaceX eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten gestartet, und zwar von Cape Canaveral. Die 226. Booster-Landung, diesmal auf Drone-Chip-Just-Read-The-Instruction, war auch erfolgreich. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte ein langer Marsch-2D-Start mit geheimer Nutzlast aus Xicheng erfolgt sein. Euch hat die Idee mit inspirierenden Aufnahmen in den News gefallen, deshalb hier ein neues Foto aus den Tiefen des Alls. Diese Woche wurde vom James-Webb-Weltraumteleskop diese Aufnahme von HH211 veröffentlicht, die einen Protostern der Klasse 0 zeigt. Ein Stern in seiner ganz frühen Phase. Er ist erst einige Zehntausend Jahre alt und hat nur etwa 8% der Masse unserer heutigen Sonne. Wenn es gut für ihn läuft, soll er sich in ein paar Milliarden Jahren aber mal zu einem Stern ähnlich wie die Sonne entwickeln. Die hellen Wolken, die ihr seht, entstehen, wenn Sonnenwinde oder Gaseruptionen, die von HH221 kommen, mit hoher Geschwindigkeit auf Gas und Staub in der Nähe prallen. Das Universum ist unfassbar groß und für jeden neugierigen Menschen bietet es unendlich viele Möglichkeiten, um Neues zu erfahren. Auf die Frage, ob er selbst glaube, dass es irgendwo da draußen noch anderes Leben gäbe, antwortete NASA-Chef Bill Nelson diese Woche übrigens seiner persönlichen Meinung nach ja. Der Anlass war die Veröffentlichung des UFO-Berichts. Die vor einem Jahr von der NASA beauftragte unabhängige Expertengruppe hat keinen Beweis dafür gefunden, dass UFOs außerirdischen Ursprungs haben. Wir wissen nicht, was diese nicht identifizierten Objekte sind, aber unsere Mission ist, das herauszufinden, sagte Nelson weiter. Bisschen um die Ecke, aber von den Weiten des Alls über UFOs und Bill Nelson zur deutschen Raumfahrt. Der NASA-Chef hat diese Woche mit dem Chef der deutschen Raumfahrtagentur im DLR Walter Pelzer und der Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt Anna Christmann feierlich die Artemis Accords für Deutschland unterzeichnet. Mit dabei die beiden aktiven deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer. Damit ist Deutschland das 29. Land, das den Artemis Accords der NASA beigetreten ist. Apropos deutsche Raumfahrtagentur, diese Woche wurde auf dem YouTube-Kanal der Agentur das neue Zero-G-Video veröffentlicht. Wer da genau hinschaut, kann auch Senkrechtstarter entdecken. Link ist unten in der Beschreibung. Ja, Artemis-Programm der NASA, das heißt auch eine Raumstation um den Mond, das sogenannte Gateway, an dem Europa einen signifikanten Anteil hat. Jack Black war diese Woche bei der NASA und hat sich unter anderem ein Mock-Up vom Gateway angesehen. Und weil ich Jack Black cool finde, kommt das natürlich in die News. Fun Fact, die Mutter von Jack Black war eine Ingenieurin im Apollo-Programm und soll zu seiner Geburt im August 1969 Ausdrucke des Abort Guidance System mit ins Krankenhaus genommen haben, um daran zu arbeiten. Ja, starke Frau. Von der Mutter von Jack Black zum Senkrechtvater, der Filius, der war die Woche krank und da konnte er nicht in die Kita. Ihm geht's wieder super, aber leider musste ich da die geplante Reise nach Bremen absagen. Die komplette Artemis 2-Crew, NASA-Astronaut Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und der kanadische Astronaut Jeremy Hansen waren da. Die ersten Menschen, die seit 1972 in Richtung Mond fliegen werden. Und die haben sich da die Airbus-Produktion des ESM angeschaut. Nicht ESM Nummer 2, das befindet sich ja schon eine lange Zeit in Florida. Aber dadurch gab es die tolle Gelegenheit, der Crew vor Ort Fragen zu stellen. Mit Adrian, Anne, Karin, Thorsten und Toni war das deutsche Hashtag Team Space aber sehr gut vertreten. Schaut unbedingt bei den 5 vorbei, um einen Eindruck von der Veranstaltung zu bekommen. Wenn euch das European Service Modul interessiert, ich war letztes Jahr in der Airbus-Reinraumfertigung in Bremen und konnte mit den Ingenieuren sprechen, die es bauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Apropos Artemis 2. Techniker haben das erste von vier RS-25-Triebwerken an der Kernstufe des SLS installiert. Das RS-25-Triebwerk war am Space Shuttle ja das erste wiederverwendbare Raketentriebwerk überhaupt. Wenn euch seine Technik interessiert, ja, mein Video zum Thema, das findet ihr auch unten in der Beschreibung. Etwas skurril, am 13. September wurde der russische Weltraumbahnhof Rostoczny nach Putin und Lukaschenko von Kim Jong-un besucht. Also dem dritten Diktator auf Lebenszeit in kurzer Zeit. Laut Anatoly Zek wird aktuell im russischen Sprachraum auf Social Media diskutiert, ob Russland eine Sojus-Orbital-Mission mit einem Nordkoreaner starten könnte. Ein Nordkoreaner auf der ISS, das scheint schwer vorstellbar. Es sei aber darauf hingewiesen, dass Russland 2001 trotz der Einwände der NASA mit Dennis Tito einen Privattouristen zur ISS geflogen hat. Wäre definitiv keine gute Presse, wenn Rostoczny einen Nordkoreaner zur Station bringen würde, um für die Lieferung von Munition für seinen Krieg in der Ukraine zu bezahlen. Aktuell sieht es so aus, dass Russland bei den Sojus-Flügen zur Station von Halbjahresflügen auf Ganzjahresmissionen geht, um Sojus-Raketen und Raumschiffe für politische Missionen wie den Flug von einem weißrussischen Kosmonauten freizubekommen. Apropos Raumstation, Exxium Space hat die vollständige Besatzung für seine dritte Mission zur ISS bekannt gegeben. Das vierköpfige Team hat die Genehmigung der NASA und der ISS-Partner erhalten, um ab Januar zur Station zu fliegen. Exxium 3 wird übrigens eine rein europäische astronautische Mission sein. Der Kommandant ist mit Michael Lopez-Alegria zwar eigentlich ein US-Amerikaner, aber dank doppelter Staatsbürgerschaft und spanischem Pass ist das formal völlig richtig. Pilot wird Walter Filaday von der italienischen Luftwaffe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und die beiden Missionsspezialisten sind Alper Geceravci für die türkische Raumfahrtagentur und der ESA-Projekt-Astronaut Markus Wand aus Schweden. Und ja, ich weiß, ein Großteil der Türkei liegt geografisch nicht in Europa, trotzdem irgendwie cool der Gedanke, eine rein europäische Crew. Wer weiß, vielleicht erwartet uns da in den nächsten Wochen noch eine andere Ankündigung. Blue Origin teilte diese Woche mit, mit einer Frachtmission den Flugbetrieb der New Shepard Rakete bald wieder aufzunehmen. Auf diesem Flug würden, nach dem explosiven Fehlstart von NS-23, die durch das Flugabbruchsystem geretteten Nutzlasten eine weitere Chance auf Schwerelosigkeit erhalten. Die Ars Technica berichtet, plant Blue Origin diesen Flug für Anfang Oktober. Ja, wenn alles gut geht, würde es im Februar dann der erste suborbitalen Crewflug in die Schwerelosigkeit für Blue Origin seit August 2022 werden. Und das bringt uns zu unserem heutigen Sponsor Gießwein. Anstatt darauf zu warten, dass sich ein potenzieller Sponsor bei Senkrechtstarter meldet, ja, habe ich die Firma Gießwein angeschrieben. Gießweinschuhe aus Merino Wolle begleiten mich schon eine ganze Weile. Wenn du, wie ich, vor Gießwein auf der Suche nach hochwertigen Schuhen bist, die zu dir und deinem Leben bedingungslos passen, dann solltest du unbedingt mal Gießweinschuhe ausprobieren. Mein Wool Sneaker aus Merino Wolle zum Beispiel, ich habe ihn gerade hier, der ist atmungsaktiv und mit seinen gerade mal 125 Gramm wie eine zweite Haut an den Füßen. Ob ich den ganzen Tag stehe oder laufe, ob ich Socken trage oder barfuß in die Schuhe schlüpfe, ob es in Hamburg regnerisch kalt oder in Frankreich warm und sonnig ist, ob ich die Schwerkraft spüre oder schwerelos fliege, mein Schuh ist von Gießwein. Mit meinem Code senkrechtstarter bekommt ihr 20% bei Gießwein. Link und Code sind unten in der Beschreibung. Kann man schnell in den Titel kommen, wie der Hamburger sagt? Blue Origin ist die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Das Starlink-Gegenstück Kuiper gehört zu Amazon. Es gibt drei Startanbieter, die jeweils multimilliardenschwere Verträge für den Start von Amazons Projekt Kuiper Satellitenkonstellation haben. Sie haben laut SpaceNews.com diese Woche auf der World Satellite Business Week betont, dass sie sich trotz Verzögerungen in der Entwicklung ihrer Trägerraketen weiterhin dazu verpflichtet fühlen, diese Satelliten wie geplant zu starten. Amazon hatte im April 2022 Verträge mit Ariane Spast, Blue Origin und United Launch Alliance für bis zu 83 Starts der Raketen Ariane 6, New Glenn und Vulcan Centaur abgeschlossen. Um die 3.236 Satelliten umfassende Konstellation auszusetzen. Diese Verträge stellen die bisher größte Einzelbestellung für kommerzielle Starts dar und haben damals für viel Augenbrauenheben gesorgt, weil schon damals absehbar war, dass keiner der gebuchten Raketen baldig zur Verfügung stehen wird. Amazon hat neben Umsatzinteressen auch regulatorischen Druck. Gemäß der FCC-Lizenz des Unternehmens müssen bis Juli 2026 mindestens die Hälfte der 3.236 Kuiper Satelliten im Orbit sein, sonst verfällt die Lizenz. Aerospike und viele untypische Ansätze. Stokespace hat definitiv das Interesse der Community geweckt. Diese Woche hat die Firma auf X ein Video eines Static Fire Tests veröffentlicht. Ja, hier mein Tipp an alle Raketenfirmen da draußen, wenn ihr wollt, dass über euch berichtet wird, dann spart euch die Hochglanzproduktion. Sorgt einfach dafür, dass auf dem Video viel Feuer zu sehen ist. Stokespace hatte ja hier alles richtig gemacht. Laut eigenen Angaben war es ein gesamtheitlicher Systemtest des Oberstufendemonstrators. Von der Avionik über die Stromversorgungssysteme, Computer, Guidance & Navigation, Reaction Control Systems, Tankdruckausgleich und natürlich das Triebwerk und der Hitzeschild. Das Einzige, was simuliert wurde, waren die Positionsdaten, die in Echtzeit aus den Triebwerksdaten abgeleitet wurden. Apropos Raketenstartups, bevor wir zum Thema SpaceX und Starship kommen, hier ein Hinweis in eigener Sache. Ja, Senkrechtstarter ist nach unserem Sohn vermutlich das Beste, was mir im Leben je passiert ist. Und mit euch als Community macht es unglaublich viel Spaß, so nah am Puls der Zeit zu sein und die nächsten großen Sprünge da draußen zu begleiten. Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken dazu gemacht, wo Senkrechtstarter eigentlich einmal hin will. Ich bin davon überzeugt, dass Senkrechtstarter auch abseits von YouTube ein riesen Potenzial hat, das Thema Raumfahrt in die Breite der Gesellschaft zu tragen. Dazu muss es aber einen grundsoliden Business Case geben. Meine Ideen dazu werde ich demnächst mit den Schutzengeln teilen, um ein erstes Feedback von euch zu holen. Ja, denn Senkrechtstarter lebt für und mit der Community und ohne euch kann und möchte ich die nächsten großen Sprünge mit Senkrechtstarter gar nicht erst angehen. Meine Frage an euch jetzt, kennt ihr einen guten Steuerberater oder möchtet ihr mich beim Rechnungswesen unterstützen und oder habt ihr Erfahrungen mit Unternehmensgründungen? Schreibt mir gerne an info-at-senkrechtstarter.net und beschreibt kurz, warum ihr mir helfen könnt. Jetzt aber zu den SpaceX-News. Es vergeht ja eigentlich keine Woche, in der SpaceX keine Starlink-Internet-Satelliten startet. Bereits letzte Woche wurde vermehrt über die Abschaltung von Starlink im Ukraine-Krieg geschrieben und diskutiert. Der Vorwurf war, dass Starlink bis Sevastopol, dem Hauptstützpunkt von Russlands Schwarzmeerflotte auf der Krim, aktiv war und von ukrainischen Streitkräften für einen Drohnenangriff genutzt werden sollte. Elon Musk persönlich soll Starlink dann in der Region deaktiviert haben, was den Angriff vereitelt haben soll. Elon Musk schrieb dazu auf X, dass Starlink in der betroffenen Region nicht aktiviert gewesen sei. Stattdessen habe es eine Notfallanfrage gegeben, den Dienst dort zu aktivieren. Das habe er aber abgelehnt, weil sich SpaceX damit an einer großen Kriegshandlung und einer bedeutenden Eskalation beteiligt hätte. So zumindest seine Sicht der Dinge. Laut dem Biografen Walter Isaacson sagte Elon Musk, Starlink war nicht für den Kriegseinsatz gedacht. Die Menschen sollten damit Netflix gucken und chillen, Homeschooling betreiben und gute, friedliche Dinge tun. Keine Drohnenangriffe. Wie Heiser Online die Woche berichtet hat, gab es just diese Woche am 13. September übrigens einen Ausfall des Starlink. Starlink war weltweit für etwa eine Stunde down. Da nicht öffentlich gehandelt, gibt es keine überprüfbaren Zahlen. Aber laut dem Wall Street Journal soll Starlink seine Konkurrenten in Bezug auf den Umsatz überholt haben. Demnach hätte Starlink 2022 einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar gemacht. Ein deutlicher Anstieg gegenüber den 222 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Dennoch wurde die 2015 aufgestellte Prognose, bis 2022 mit 20 Millionen Nutzern einen Umsatz von fast 12 Milliarden Dollar und einen Betriebsgewinn von 7 Milliarden Dollar zu erzielen, nicht erreicht. Eine Versechsfachung des Umsatzes in einem Jahr ist dennoch beachtlich und auch die Anzahl der Starlink-Nutzer hat sich ja seitdem bereits schon wieder verdoppelt. Dennoch betont Elon Musk ja immer wieder, es braucht die nächste Generation an Starlink-Satelliten, um die selbst gesetzten Umsatzziele zu erreichen. Vergebe es mit dem Starlink 2.0 Mini eine Interimslösung für die Falcon 9, aber die großen Starlink-Satelliten mit einem Vielfachen der Kapazität der aktuellen Satelliten könnten nur mit dem Starship gestartet werden. Ja und das bringt uns zum Starship. Es gibt neue offizielle Bilder der größten und leistungsstärksten Rakete, die je gebaut wurde. Wobei die geplante Leistung sich ja an Fracht in den Orbit bemisst und da ist das Starship ja noch in Bringschuld. Was die Leistung der 33 Raptor-Triebwerke in der ersten Stufe angeht, ist es aber durchaus korrekt. Entgegen der meisten Artikel im deutschen Sprachraum zu diesem Thema, würde ich aktuell täglich mit der Nachricht von einer erneuten Starterlaubnis rechnen. Ja, so teilte der amtierende Leiter der Federal Aviation Administration, FAA, am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit, man arbeite gut mit SpaceX zusammen und die Teams seien optimistisch, dass es irgendwann nächsten Monat soweit sein wird und sie eine Starterlaubnis für Super Heavy Booster 9 nebst Starship 25 erteilen werden. Auch die ehemalige NASA-Chefin für kommerzielle astronautische Raumfahrt Casey Lüders, die nach ihrer NASA-Pensionierung seit diesem Jahr jetzt für das Starship zuständig ist, hat mitgeteilt, noch ein paar Dinge seien zu tun, sie aber in zwei bis drei Wochen soweit sein sollten. Lüders kommentierte auch das mittlerweile erfolgte De-Stacking der Starship 25 Oberstufe von Booster 9. Wie erwartet muss vor einem Start das Flugabbruchsystem final installiert werden. Laut Lüders sind aber auch noch ein paar weitere Checks und kleinere Arbeiten vor einem Start nötig, die das De-Stacking erforderlich machten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Ruhepuls und mein FOMO ist deutlich besser, wenn das Starship nicht auf dem Booster sitzt, auch wenn ich es kaum erwarten kann, dass die Kerze da endlich unten angezündet wird. Mittlerweile hat Elon Musk auch eine Liste der Punkte geteilt, die laut des FAA-Untersuchungsberichts vor einem erneuten Start zu korrigieren sind. Die Liste ist wahrscheinlich ein bisschen zensiert, also dass man da keine technischen Details rauslesen kann. Ja, wenn man die Punkte so überfliegt, bekommt man den Eindruck, dass in der Triebwerkssektion eine Menge an Dingen schiefgegangen ist. Es scheinen unter anderem Flanschverbindungen ein größeres Problem gewesen zu sein. Ich hatte direkt nach dem Start ja schon berichtet, dass die gelbliche Flamme für mich nicht nach Methan, sondern eher nach RP-1 aussieht und ich auf Hydrauliklex oder Schubvektorsteuerung oder Hydraulikaggregatlex tippe. Ja, das Problem sollte so nicht mehr auftreten, da ab jetzt ja nur noch elektrische Schubvektorsteuerung eingesetzt werden soll. Da die Untersuchung von SpaceX durchgeführt und von der FAA überwacht wurde, können wir eigentlich davon ausgehen, dass die meisten Punkte bereits korrigiert wurden. Nach dem Abschluss der Untersuchungen durch die FAA letzte Woche dürften im Prozess für eine neue Starterlaubnis nur noch wenige Punkte neu dazukommen. Aber das ist nur mein Gefühl, kann natürlich immer vorkommen, dass man in letzter Minute noch was Gravierendes findete, was vorher niemandem aufgefallen ist. Unterdessen hat SpaceX ein Teamfoto vor der gesamten Rakete in der Starbase durchgeführt. Ein guter Hinweis, dass es bald losgeht. So ein Foto kennen wir ja auch schon vor dem Start am 20. April. Ja, zu diesem nächsten Start ist Elon Musk meiner Meinung nach deutlich bedachter in seiner Kommunikation und auch leiser. Vielleicht hat ihm jemand gesteckt, dass es für alle Beteiligten einfacher ist, wenn sie nicht laufend von seinen Posts abgelenkt werden. Ja, zum Thema NASA und Starship. SpaceX soll für das NASA-Atomis-Programm ja eine der beiden kommerziellen Landessysteme entwickeln, das sogenannte Human Landing System HLS. Der Old-Space-nahe Teil der Community wird hier ja nicht müde zu betonen, dass die Mondlandung an SpaceX hängen könnte und bisher wenig zu sehen sei, was Hoffnung auf eine baldige Mondlandung mit Menschen machen könnte. Nicht ganz unbegründet meiner Meinung nach. Hardware haben wir ja tatsächlich noch nicht gesehen. Umso erfreulicher folgender Post. SpaceX hat unter anderem ein Video eines Raptor-Vakuum-Triebwerktests geteilt. Sie haben das Video mit dem Hinweis gesehen, dass das Triebwerk gekühlt wurde, um die Bedingungen nach einem langen Aufenthalt im Weltraum zu simulieren. Das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Kaltstart. Aber auch ein zweites Video macht Hoffnung. SpaceX testet aktuell Triebwerke für das Einsatzprofil bei einer Mondlandung. Elon Musk kommentierte das auf X. Moon soon, also bei der Mond. Ja, wenn das nicht Aussicht gibt auf unseren Hashtag Apollo-Moment, dann weiß ich auch nicht. Für ungeduldige folgender Hinweis hier. Alle meine Videos gibt es für die Schutzengel vorab und ohne Werbung. Einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft, den findet ihr unter dem Video. Senkrechtstarter existiert nämlich dank der Schutzengel, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Daher auch hier wieder ein riesen Dankeschön an euch. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Letzte Woche hatte ich sie wegrationalisiert. Jetzt für euch wieder die Aussicht auf die Starts der kommenden Woche. Am Dienstag, den 19. September, ist ein Rocket Lab Elektron-Start vor Neuseeland ausgeplant. Ja, und am Mittwoch, den 20. September, möchte SpaceX von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlink-Internetzathleten starten. Hier geht noch einmal ein Shoutout an die Firma Gießwein, die euch das Video heute präsentiert hat. Unter dem Video findet ihr einen Link zu meinem ultraleichten Merino-Schuh und noch vielen weiteren Produkten. Ich hoffe, dir haben meine Weltraum-News wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.